Hallo zusammen, ich bin Algon, mache meine Lehre als Anlage, führe ich bei der Franke und ich zeige dir heute, wieso das in Traumberuf wird. Komm mit! Meine Haupttätigkeiten sind Störungsbehebungen und Qualitätskontrollen und an der Presse zu arbeiten. Als ich angefangen habe, wurde mir mega gut aufgenommen. Das Verhältnis zu einem müsste nicht eher Chef und Lehrling sein, sondern Kollege zu Kollege. Das ist immer noch der Fall und das ist sehr gut. Wenn man sich als Anlageführer bei der Franke überwirbt, soll man ein technisches Verständnis haben, ein gutes handwerkliches Geschick haben und eine gute Kondition beim Arbeiten haben. Mein persönliches Highlight bis jetzt war das Lehrlingslager, weil man neue Personen kennengelernt hat und zwischen denen eine Bindung geschaffen hat. Ich werde Franke mit strukturiert, professionell und umweltbewusst beschreiben. Und wieso du dich bei der Franke bewerben solltest, ist, weil es viele Fachexperten um dich hat, die dir helfen können bei Schwierigkeiten. Und allgemein das Arbeitsklima ist sehr angenehm. Es macht mega viel Spass, hier zu arbeiten. Falls dir das Video gefallen hat und du eine anspruchsvolle Lehre mit viel Verantwortung haben willst, dann wünsche ich dich heute bei der Franke an zu allen Angeführern. Tschau zusammen!